Das ist das Hinterzimmer. Mit diesen Hintergründen. Da sind wir wieder im Hinterzimmer, das es jetzt zugegebenerweise länger nicht gegeben hat. Und darum melde ich mich jetzt einmal heute ohne Gas, bevor wir dann nächste Woche wieder loslegen werden, warum es diese Pause gegeben hat. Denn wenn wir gewusst hätten, dass das Hinterzimmer so lange in Pause ist, hätten wir die natürlich angekündigt. Aber was die letzten Wochen passiert ist, möchte ich euch jetzt in einer kurzen Zusammenfassung überblicksmäßig geben, damit ihr versteht, warum jetzt da länger nichts los war. Aber unser Einsatz ist ungebrochen. Das heißt, wir sind die nächsten Wochen wieder drauf und dran, reale Gäste auch hier reinzubekommen, wo wir schon beim ersten Punkt wären. Natürlich war es jetzt schwierig, die Gäste real ins Hinterzimmer zu bekommen. Wir haben schon einige Einladungen ausgesprochen gehabt. Es waren schon einige Fahrtpläne unserer Gäste optimiert, dass sie genau da landen. Corona bedingt dann die ein oder andere Absage erhalten, beziehungsweise Verschiebung. Also wir werden das auf jeden Fall nachholen. Roland Thüringer hat sich angekündigt. Gunkel hat sich angekündigt. Sebastian Born-Mena stand schon am Bahnhof von Salzburg, von Wien kommend und hat dann doch nicht mehr weiterreisen können. Aber all diese Gäste, wir sind mit ihnen so verblieben, dass wir das auf jeden Fall nachholen. Das war aber nicht das erste Problem, die erste Schwierigkeit oder die einzige, die wir gehabt haben in den letzten Wochen. Es war vor allem eines. Also wir haben ja in der Corona, im Lockdown sehr viel produziert, sehr viele Gäste hier gehabt und auch zugeschaltet. Und dann ist Folgendes passiert. In meinem eigentlichen Hauptberuf, nämlich also oder in dem, wo ich noch Geld damit verdiene, nämlich dem Beruf des Moderators, ist alles weggebrochen. Ich wäre zu den Olympischen Spielen nach Doki geflogen, ist nicht mehr. Es wäre die Beachvolleyball-Worldstour gekreist, war nicht mehr. Es wurden sämtliche Großveranstaltungen, wie ihr wisst, abgesagt. Das heißt, von heute auf morgen war der Kalender leer. Dann haben wir gesagt, die Kathi und ich, okay, das Hinterzimmer ist auf jeden Fall das, was wir inhaltlich als die Zukunft für uns sehen. Und das ist es nach wie vor. Allerdings ist man dann doch, weil es noch kein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, wie unser letzter Gast Helmut Pappe erklärt hat, wie das funktionieren könnte, weil es es noch nicht gibt, ja doch dann angewiesen, irgendwie die Rechnungen zu bezahlen. Und dann kam es sehr überraschend, nämlich, dass das, was hier im Hinterzimmer an Technik verbaut ist, plötzlich, ja, das neue Gold in der Kommunikation war. Nämlich die Möglichkeit, Dinge zu übertragen, mit Kameras, Live zu streamen, Leute hereinzuschalten, von wo immer sie auch zugeschaltet werden müssen. Und dann hat im Juni das Ganze, oder schon im Mai, das Ganze extrem Fahrt aufgenommen. Und die Kathi und ich, beziehungsweise die Hinterzimmertechnik, wurde dann mobil. Was bedeutet hat, am Anfang haben wir noch hinausgebaut, zurückgebaut, hinausgebaut, zurückgebaut. Irgendwann sind diese Zyklen so eng geworden, weil fast jeden Tag eine Live-Übertragung, ein Livestream angestanden ist. Und das Equipment dauernd on Tour war, zusätzlich mit der Koordination der Gäste, eine sehr herausfordernde Geschichte. Aber es hat sich da jetzt in dem Bereich eine unglaubliche Zukunft aufgetan, weil wir gemerkt haben, dass das, was wir hier herinnen aufgestellt haben, eigentlich richtig geile Sachen sind. Um es einmal deutlich zu nennen, wir können damit von der ganzen Welt Leute zuschalten in TV-Qualität. Und das hat vor allem bei Ärztefortbildungen jetzt extrem Fahrt aufgenommen. Mit einem sehr, sehr guten alten Schulfreund von mir haben wir da jetzt eine Plattform mittlerweile gegründet, wo wir Ärztefortbildungen online übertragen, wo die Leute zugeschaltet werden als Referenten, ihre Präsentationen abhalten, die Zuseherinnen und Zuseher Fragen stellen können, sich einklinken können ins Programm und so weiter. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum das Hinterzimmer jetzt in letzter Zeit etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber natürlich ist es das, was für mich, für die Kati und auch für dieses Equipment eigentlich der Anspruch, das Ziel, die Motivation ist. Und wenn wir jetzt die erste Stutzflut an neuen Möglichkeiten und Aufträgen einmal durchtaucht haben, dann werden wir hier weitermachen. Und zwar schon kommende Woche haben wir einen Fixgast, kommt aus Innsbruck, da kann auch Corona-bedingt keine Reise unterbrochen werden, den Abstand werden wir einhalten, wir haben Platz genug und dann legen wir wieder los. Also das vielleicht als kurze Zwischenschalte und Begründung dafür, warum es das Hinterzimmer die letzten Wochen leider nur ein einziges Mal gegeben hat. Aber in der Zeit, und das ist das Schöne, ist da auch, was Hinterzimmer betrifft, einiges passiert. Die letzte Episode mit Helmut Pappe zum Beispiel, die wurde im Wiener Bugkino aufgeführt. Der Betreiber dort hat gesagt, die taugt ihm, die will er den Menschen auch persönlich zugänglich machen. Natürlich mit entsprechenden Abstand und Schutzmaske. Aber mit anschließender Diskussion, das heißt, der Helmut Pappe und ich sind da eineinhalb Stunden dann Frage und Antwort gestanden. Und da haben wir gemerkt auch, dass das Hinterzimmer unglaublich, unglaubliche Wertschätzung erfährt. Darf mich ganz kurz einschalten? Aus der Regie. Also es war wirklich erstaunlich, was wir dort erlebt haben. Diese Menschen, die das Hinterzimmer auch zum großen Teil vorher nicht kannten, haben uns da ganz, ganz tolles Feedback gegeben. Und dir vor allen Dingen, weil sie gesagt haben, dass sie ein Format in dieser Art ja kaum noch kennen oder dass es das gar nicht mehr gibt in den klassischen Medien und sie es so schön finden, dass es jetzt sowas wieder gibt. Jemand, der sich wirklich Zeit nimmt für ein Gespräch, auch die Art, wie du Fragen stellst, wurde sehr, sehr oft von verschiedensten Leuten gelobt dort. Und das hat uns, glaube ich, nach dieser wahnsinnig stressigen Zeit, wo wir kein Hinterzimmer produzieren konnten, beide wieder extrem angespornt, ja, endlich wieder auch im Hinterzimmer Gas zu geben. Und wir möchten einfach mit dieser kurzen Episode euch ein Lebenszeichen geben und sagen, wir sind noch da und wir haben nicht irgendwie drauf vergessen oder keine Lust mehr, sondern ganz im Gegenteil, wir können es kaum erwarten, weil es jetzt schon viel zu lange keine Episode gab. Wir entschuldigen uns auch natürlich an dieser Stelle, weil durch diese Zeit, wo wir sehr viel gemacht haben, nämlich während des Lockdowns und so weiter, sind ja viele neue, sehr treue Abonnenten dazugekommen, die natürlich vielleicht etwas enttäuscht waren, dass sie jetzt länger nichts von uns gehört haben. Das war, wie gesagt, Ausnahmezustand, der jetzt nicht zu verhindern war. Ich kann auch von außen nochmal kurz vielleicht meine Sicht auf diese Phase geben. Flo hat, glaube ich, jetzt fünf Wochen ohne einen freien Tag durchgearbeitet, keine einzige Nacht länger als fünf oder sechs Stunden geschlafen, weil jetzt alles auf einmal einfach kam und da jetzt keine Möglichkeit war, irgendwas auszusortieren. Ich bin aber auch wahnsinnig stolz auf ihn, weil er quasi wie aus dem Nichts innerhalb von kürzester Zeit ein komplett neues Business aufgebaut hat, weil eben seine Tätigkeit als Moderator quasi kaum noch existent ist momentan und er hat da wirklich was Tolles, Neues aufgebaut, aber dementsprechend war er wahnsinnig im Stress. Es war eine Wahnsinnszeit, nur falls ihr euch auch wundert, falls ihr ihn jetzt in der Closen-Einstellung, ich zeige euch das nochmal kurz, seht, weil er vielleicht ein bisschen müde ausschaut. Es war eine extreme Zeit, aber jetzt wird wieder ein bisschen Normalität ein Kern und wir geben Gas, dass wir eine neue Episode oder viele neue Episoden bringen. Und die nächste wird, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige und ganz besondere zu einem wirklich brisanten Thema, wo wir selber in einem wahnsinnig spannenden Prozess auch waren, um uns auf dieses Thema ein bisschen vorzubereiten, nämlich das Thema Rassismus. Und da bin ich sehr gespannt, wie das Gespräch laufen wird und glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Du bringst sie immer auf den Punkt, Kathi. Ja, jetzt habe ich ein bisschen viel geredet, entschuldige. Ich wollte nur kurz, weil ich weiß, dass du da immer so bescheiden bist. Es ist ja nicht so, dass mir deine Worte jetzt da nicht gefallen, die sind unglaublich. Ich wollte nur mit mich auch melden, weil ich weiß, dass der Flo da immer so ein bisschen bescheiden unterwegs ist und dass ihr einfach wisst, er ist kurz vor dem Zusammenbruch gewesen und jetzt ist er wieder da, im Hinterzimmer. Ja, vor allem möchte ich ja auch diesem Versprechen, das wir regelmäßig liefern wollen, dem Willi wieder nachkommen. Das hat gelitten und da versuchen wir natürlich jetzt aufzuholen, beziehungsweise es auch besser zu machen. Wir haben jetzt das Equipment mittlerweile fast in allen Bestandteilen verdoppelt, bis auf die richtig teuren Sachen wie Kameras und so. Das geht noch nicht, aber das Hinterzimmer soll wieder Fahrt aufnehmen und ich versuche dann vor allem auch im neu gegründeten Business natürlich auch das Team zu vergrößern. Damit das Hinterzimmer als Herzstück wieder mehr Aufschwung erfährt. Aber Kathi, danke für deine Zusammenfassung. Und sie hat sie schon angekündigt und auf den Punkt gebracht. Kommende Woche richtig genialer Gast. Auch da kleine Vorgeschichte. Mandib war schon hier im Hinterzimmer. Wir haben das Gespräch sogar aufgenommen. Wir haben sie aber dann gekübelt. Wir haben sie in die Tonne getreten, weil es war von meinem Wissen in dieser Sache viel zu wenig wertgeschätzt. Und was wir Zeit gehabt haben und wozu wir Zeit gefunden haben bei diesen langen Autofahrten in den letzten Wochen, ist viel Hörbücher zu hören über dieses Thema, mit unserem Gast dann einfach das Ganze besser auf den Punkt zu bringen. Ich habe nämlich geglaubt, meine ganzen 40 Lebensjahre, dass ich eigentlich nicht rassistisch bin und bin ein bisschen eines Besseren belehrt worden. Das war sehr, sehr interessant in den letzten Wochen. Und darum haben wir die Mandib gebeten, noch einmal zu kommen und das Thema fundierter, besser, knackiger, direkter angehen zu können. Und sie wird da sein. Kommenden Dienstag. Die Episode bringen wir dann natürlich raus. Und wie gesagt, der Neuaufbau meinerseits mit dem ganzen Livestreaming, das jetzt so losgebrochen ist, der geht natürlich weiter, aber das Team wird größer. Die Zeiten lassen sich hoffentlich künftig wieder besser koordinieren. Und dann sind wir da aus dem Hinterzimmer. Wir haben auch viele neue Ideen. Also gerade, was wir jetzt erlebt haben mit den ganzen Live-Zuschaltungen. Vielleicht können wir es sogar hier herinnen, damit das Hinterzimmer auch davon profitiert, noch interaktiver machen. Aber das Wichtigste ist, dass wir geile Themen, geile Gäste auf den Punkt bekommen mit Aussagen, die tatsächlich offen, ehrlich und ein bisschen der Blick hinter die Kulissen ist. Weil dieses Versprechen, das wollen wir durchziehen und dem niemals etwas an Antipeispiele entgegensetzen. Dafür stehen wir und melden uns die Kürze wieder. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Genau, bei meiner Ehre. Also, bis kommende Woche und sorry noch einmal für die doch etwas ausgedehnte Pause. Sie war für uns eine Rush-Hour des Neuaufbaus. Aber wir sind wieder da und freuen uns drauf. Bis gleich. Dir gefällt das Hinterzimmer? Dann jetzt abonnieren. Beziehungsweise alle Kanalvideos des Hinterzimmers anschauen. Und wir sind natürlich auch hörbar auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Bewerten, kommentieren und abonnieren. Würde uns freuen. Bis zum nächsten Mal.